Was ist ein vereister Wald? Roboter kompromittiert! Taylor kontrolliert sie! Sie explodieren gleich! John! Wo bist du? Wo zur Hölle will er bloß hin? Der C-Roboter drehen durch! Taylor ist mit dem Kollektivbewusstsein verbunden und kontrolliert sie! Wo? Sting ihn gerade! Es brennt ihm das Hirn aus! Alle! Das sind die Unternehmung von Teilen. 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 Der C-Roboter drehen durch! Taylor ist mit dem Kollektivbewusstsein verbunden und kontrolliert sie! Wieso John? Wieso? Ich brauche Antworten, John! Ich brauche Antworten, John! Wo zur Hölle will er bloß hin? Du weißt, wo wir hingehen. Wohin? Wohin gehen wir? Stell dir einen vereisten Wald vor. Taylor! Das bist nicht du! Was in deinem Kopf ist, bist du nicht! Du kannst dagegen kämpfen! Unser Verstand ist verbunden, ich weiß, was passiert! Taylor! Bist du da? Taylor! Taylor! Tain, wo ist er? Ziel gesichtet! Überquert die Hochbrücke zu Turm 2! Positiv! Scheiße! Diese Tür bringt euch hoch! So geht's auch! Also los! Hoch mit dir! Hoch rein! Der Sandsturm trifft wohl in weniger als 10 Minuten ein! Hoch mit Hendrix! Das sind so Kamikaze-Roboter! Das sind so Kamikaze-Roboter! Das ist so Kamikaze-Roboter! Das ist so Kamikaze-Roboter! Die und ihre Kraft! Das ist so Kamikaze-Roboter! Das ist besser-Trott. Das ist dann so Kamikaze-Rofer! Es ist ein Kamikaze-Opener! Oh! Das ist so Kamikaze-Game! wo seid ihr Hendrix wir müssen hoch das NRC hat eine Waffenkammer draus gemacht mit Landeplattformen auf dem Dach er will zum Dach, er will von hier verschwinden hilf mir mal die Trümmer zu beseitigen alles klar Scheiße Was mache ich hier? er wurde vom NRC gefangen genommen wir versuchen ihn zu finden Kane wir müssen Khalil helfen ohne ihn wir sind es nie so weit geschafft ich weiß aber wir müssen Taylor kommen ich überwache die NRC Kommunikation so finde ich raus wo er ist wenn wir unsere Ziele erfüllt haben holen wir ihn versprochen Hendrix wieviel Zeit noch bis zum Sandsturm max. 5 minuten beeilung ok wer ist mir zu sparen Hendrix wer ist mir zu sparen Hendrix aber wir müssen wir zu sparen Hendrix Ich vertraue dir, Rachel. Okay, whoa. Was sind da noch welche? Sag es! Sprich! Scheiße, man. Die sind doch nicht aktiviert. Die sind doch nicht aktiviert. Ich glaube, das beeinflusst auch die anderen Träger. Lass es nicht zu! Kämpf dagegen an! Bleib bei mir! Hey! Wir müssen weiter! Alles. Bist du noch bei mir? Bist du noch da? Ich bin noch hier! Was ist mit Taylor? Wo ist der Cain? Hab ihn! In einem mobilen Laden auf dem Weg rauf! Ich sehe ihn! Scheiße, Mann! Die Apokalypse! Wohin gehen wir, Cain? Rauf! John, hör mir zu! Du kannst das stoppen! Das ist unmöglich! Es ist schon geschehen! Es ist aus! Wenn das dein Weg ist, lässt du mir keine Wahl! Ich werde dich erschießen! Aber das willst du gar nicht. Oder, Jacob? Schon okay. Entspann dich einfach. Stell dir einfach den Verreistenabend vor. Ich kann dich schon sehen. Hör nicht auf ihn, Hendrik! Das ist nicht Taylor, der da mit dir spricht! Es ist nicht Taylor! Du gefährdest CIA-Operationen in aller Welt! Du hast die Winslow-Artcom-Allianz in Gefahr gebracht! Und wofür? Weißt du das? Weißt du das überhaupt? Du wirst benutzt! Wir alle werden benutzt! Siehst du das nicht?! Als wir uns den Scheiß haben einpflanzen lassen, haben wir unsere Seelen verkauft! Wir sind Marionetten! du hast die Winslow-Artcom-Allianz in Gefahr! Du bist nicht der Böse! Ich will dir nicht holen! Du hast die Winslow-Artcom-Allianz in Gefahr! Die wirst du nicht fühlen! Hendrik! Das bist nicht du! Ich muss mich beeilen. Was war denn da los? Taylor stört die Kommunikation. Er bewegt sich auf dem Dach. Er scheint seinen Heli aus der Ferne zu steuern. Er darf den Turm nicht verlassen! Oh, scheiße. Verdammt, es sind zu viele. Stopp sie, Hendricks! Ich hole mir Taylor! Taylor, tu es nicht! Wir können das aufhalten! Wir können dieses Ding aus unseren Köpfen holen! Taylor steuert ein NRC-Mutterschiff. Ich schicke mobile Waffenkammern vorbei. Hol dir die Minigun von der mobilen Waffenkammer. Ja, wo ist die? Willkommen zurück. Taylor, hör mir zu! Du kannst ihm sofort ein Ende machen! Ja, weißt du, was mit dir passiert? Ich weiß, dass du mich hören kannst. Du kannst dagegen an kämpfen! Und du hast noch eine Menge vor dir. Dein DNI kann dir alle Optionen zeigen. Aber nur du kannst entscheiden, zu welchem Opfer du bereit bist. Du musst nicht der Böse sein, Taylor! Es ist noch nicht zu spät! Und das Schiff setzt Frank sein! Du warst bei Sarah Hall, als sie starb. Ich weiß, was du gesehen hast. Ich war auch dort. Ich weiß, was du gesehen hast. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich weiß auch, dass es nicht real war. Nichts verfreundet. Die Uhr tickt neulich. Jetzt bleibt nur noch eins zu kurz. Du kennst mich. Du kannst mir vertrauen. Unterschiff euer Raketen ab! In Deckung! Es ist nicht zu spät, es zu beenden. Diesmal muss man einfach loslassen. Das ist nicht zu spät. Das ist nicht zu spät. Das ist nicht zu spät. Woa. Was kommt? Oh oh. Scheiße. Nein. Es werden immer mehr. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Das ist ein. Wetter! Cain! Sitze fest! Cain! Hendricks! Taylor! Taylor! Du bist verwirrt! Da ist etwas in dir! Es kontrolliert dich! Ich weiß. Es wächst. Es will... jeden. Du kannst dagegen ankämpfen, Taylor! Na los! Ich muss... ihn... loswerden! Nein! Ist okay. Ist okay. Geschafft. Das war's. Wir sind sicher. Nicht sicher. Ist... da. Du. Hendricks. Nein! Hendricks! Was zum Teufel war das? Dias, Maretti, Paul. Und nun Taylor. Alle tot. Lagebericht. Ist Taylor gesichert? Er ist tot! Hendricks hat ihn getötet! Okay. Du hast, was du wolltest. Hendricks! Wo gehst du hin? Stell dir einen vereisten Wald vor! Haltet durch! Bin auf dem Weg! Habt keine Sorge, wir holen euch da raus! Hendricks ist verschwunden! Ich bin schwer verletzt! Was zum Teufel ist grad passiert? Du musst mir helfen, Cain! Bring mich zurück in den Kampf! Ich muss Hendricks aufhalten! Um jeden Preis! Heilig ist scheiße! Bin ich nicht dabei! Das ist der einzige Weg! Du wirst dich verändern! Schneller als du glaubst! Ich habe keine Wahl! Ich muss es tun! Dein altes Leben! Wird verblassen! So bin ich halt, Rachel! Vergiss mich nicht! Niemals! Vergiss nicht! Wer du mal warst! tandstll! HERN Ich habe nicht das Gefühl, Untertitelung des ZDF, 2020